Diese Blockierer, was das wieder kostet? Am Ende viele, viele Arbeitsplätze. Die Gewerkschaften eine wahre Plage. Den müssen wir mal so richtig den Marsch blasen. Ja, richtig. Fortschrittsbremsen. Besitzstandsware. Umverteiler. Genau. Diese Sozialromantiker wollen uns ausbluten lassen. Und nicht nur uns, auch unsere Kollegen. Und die Kollegen unserer Kollegen. Und die Kollegen der Kollegen unserer Kollegen. Ja, danke. Und die Kollegen der Kollegen der Kollegen unserer... Schnauze! Wichtig ist doch nur die eine Frage. Was haben die Gewerkschaften je für uns getan? Mutterschutz. Bezahlter Jahresurlaub. Außer ihrem Mutterschutz und ihrem bezahlten Jahrestrip nach Mallorca. Was hat die Gewerkschaft je für uns getan? Mitbestimmung im Betrieb. Ach, dass Ihnen das gefällt, war ja wohl klar. Nein, nein. Die reden uns immer rein. Also was außer Mutterschutz, bezahlten Jahresurlaub, Mitbestimmung? Hä? Fünf-Tage-Woche? Ja, Samstags gehört der Papi immer euch. Meiner! Stecken Sie die Kinder weg! Kündigungsschutz. Was? Tarifverträge. Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Arbeitslosenversicherung. Arbeitsplatzsicherung. Mindestlöhne. Altersabsicherung. Rechtsschutz. Okay. Es ist ja wahnsinnig viel erreicht für die Mamis, für die Papis. Ja, für ganze Familien. Lohnfortzahlung, Branchen, Mindestlöhne, Streikrecht, Kurzarbeiteregelung. Aber bitteschön, was haben die Gewerkschaften für uns erreicht? Mehr Geld? Ja, ich lache. 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 Ich lache. Ja, ich lache. Ja, ich lache.